Heute sieht das Wetter wieder besser aus. Wir setzen unsere Besichtigungstour in der Schweiz fort und besuchen die wohl wichtigsten Fremdverkehrsorte des Tessin, Ascona und Locano. In den schmalen Gassen von Ascona stehen alte Palazzi mit prächtigen Portalen und Balkonen. Die Hauptstraße führt direkt hinunter zur weltberühmten Plantanpromenade der schönsten Seeterrasse in der Schweiz. Der hohe Campaline gehört zur Kirsche St. Pietro, die im 16. Jahrhundert erbaut wurde. In der Kirsche befindet sich ein einmaliges Altarbild. Musik Mit den hohen Palästen vorbei gehen wir jetzt in Richtung Promenade. Musik 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 Früher war Ascona ein Fischerdorf, heute ist der Ort ein moderner Treffpunkt für die Schönen und Reichen und Urlauber aus der ganzen Welt. Musik 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 Von Ascona's mittelalterlichen Vergangenheit stehen nur noch die Reste dieses Castello, in dem sich heute ein Hotel befindet. Musik Durch enge Gassen bummeln wir zum Ausgangspunkt unserer Besichtigungstour durch Ascona zurück, denn ein weiterer Ort steht noch auf unserem Programm. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020